Gibt's denn da einen Boden, wo du gräbst, für einen Honig? Honig? In der Erde gibt's doch keinen Honig. Da gibt's nur Erde. Ich bin nur herausgekommen, um einen Spaziergang zu machen, weil heute so prächtiges Wetter ist. Prächtiges Wetter? Mieses Wetter ist. Es sieht mir sehr nach Regen aus. Sag ich doch, Kleine. Prächtiges Wetter für Regenwürmer. Hm. So ist es eben auf der Welt. Wenn ihr Bienen euch freut, dass die Sonne scheint, fühlen wir Regenwürmer uns ganz elend. Ach so. Verkriegst du dich schon wieder? Ja, ja, weißt du, Sprechen strengt mich immer furchtbar an, mein Kind. Was sagt er? Wieso strengt Sprechen denn an? Warte, Max, warte! Komm bitte noch mal raus. Weißt du, warum dich das Sprechen so anstrengt? Weil du immer so allein in der Erde rumkriegst. Kann schon sein. Aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Was heißt denn das nun wieder, dass du keine Freunde hast? Hm, hm. Nein, wie kommt denn das? Du bist...